Nach fünf Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und dem Anwalt Tertullus herab. Die erschienen vor dem Stadthalter gegen Paulus. Als der aber herbeigerufen worden war, fing Tertullus an, ihn anzuklagen und sprach, Dass wir in großem Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohltaten widerfahren sind durch deine Fürsorge, edelster Felix, Das erkennen wir allzeit und überall mit aller Dankbarkeit an. Damit ich dich aber nicht zu lange aufhalte, bitte ich dich, du wolltest uns kurz anhören in deiner Güte. Wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist und dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Wenn du ihn verhörst, kannst du selbst das alles von ihm erkunden, dessentwegen wir ihn verklagen. Auch die Juden bekräftigten das und sagten, es verhielte sich so. Paulus aber antwortete, als ihm der Stadthalter winkte zu reden, Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen. Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als zwölf Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel, noch in den Synagogen, noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können die auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand. Um der Auferstehung der Totenwillen werde ich von euch heute angeklagt. Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre und sprach, Wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drosilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, Für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber zwei Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück.